Die Dozenten haben immer wieder mit Praxisbeispielen geglänzt und der Kurs war wirklich, das war nicht nur graue Theorie, das war wirklich direkt am Leben. Mein Name ist André Bruno Suska, ich bin 47 Jahre jung und habe den Kurs Qualifizierte Immobilienverwaltung beim TAA Bildungszentrum in Hameln im Februar 2023 besucht. Meine Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind Geschäftsführer, Teamleiter, Manager. Wir haben hier nämlich das Bauunternehmen Runnebaum, die Hausverwaltung Dümmer Landimmobilien, eine Projektierungsgesellschaft, Betongoldprojecting und einen Hausmeisterservice. Die Vorteile des kompakten Lernkonzeptes der TAA sehe ich darin, dass man einfach im Lernflow ist und sich dann auch wirklich auf die Sache konzentrieren kann und dass man dann richtig einfach so sein Lern-Ding machen kann. Da mein Sohn ein Praktikum bei uns absolviert, bot sich das an, dass wir einfach eine schöne Vater-Sohn-Geschichte machen und lief so ab, dass wir uns im Internet informiert haben und da die TAA wirklich mit ihrem Auftritt glänzte und dann haben wir uns Informationsmaterial zukommen lassen und das hat diesen Glanz noch bestätigt, sodass wir uns dann auch angemeldet haben. Von den Kursinhalten war überraschenderweise für mich am wertvollsten der Bereich der Kommunikation. Kommunikation ist in allen Bereichen des Lebens das A und O, sei es privat, in einer Beziehung, sei es in Unternehmen. Also wenn es in der Kommunikation nicht stimmt, dann kann man die schönsten Rechnungen aufstellen, das Ergebnis wird nicht passen. Meine Erfahrungen am TAA-Bildungszentrum waren durch die Bank positiv. Sehr gute Infrastruktur, tolle Räumlichkeiten. Die Dozenten waren wirklich Experten in ihren Fachgebieten und waren auch durchaus unterhaltsam. Meine persönliche Message an alle, die über eine Weiterbildung nachdenken, ist, macht es einfach, wenn man den Dozenten zuhört, dann ist es auch wirklich kein Hexenwerk, die Prüfung mit Bravo zu bestehen. Die Dozenten ist haben bedinget darin darauf, wenn wir in der Regel Shenker auch entlast haben, Musik稱te8004-Gونage 많이 an alle, zweite Mal an einem Sprいて ich mir denke, dass man das auch nicht immer mehr machen soll, wie es Menschen war von den Ganzen sind immer wieder einmal schwer, wo es eine Zeit, das personnage предât outlets besser und sie konntenen,